Willkommen in der Apfelpraxis von Josef Verstegen, wo Sie modernste Medizin in einem qualitativen Ambiente finden. Seit 30 Jahren finden Sie uns im Herzen von Mahlhülz. Unsere Behandlungen werden durch ein eingespieltes, qualifiziertes Team in wohlfühlender, lockerer Atmosphäre durchgeführt. Im Fokus steht bei uns der Patient und mit ihm seine individuelle Persönlichkeit. Unser optimiertes Zeitmanagement lässt keine Fragen offen. Das Prophylaxe-Konzept wird in unserer Praxis ganz groß geschrieben und fängt schon bei den jüngsten Patienten an. Das digitale Zeitalter ist angekommen und unterstützt uns bei allen Röntgenbehandlungen, Aufklärungen und Dokumentationen, sodass Ihre Behandlung sicher und professionell verläuft. Speziell für Angstpatienten bietet die Zahnarztpraxis Verstegen Behandlungen unter Hypnose an. Mit speziellen Techniken und erworbenen Qualifikationen der Behandler wird ein tiefer Zustand der Entspannung erreicht, sodass die Angst verschwindet. Das Team hilft Ihnen gerne weiter und steht Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßige Teambesprechungen unterstützen die Teamarbeit und erarbeiten hierbei das Beschwerde- und Fehlermanagement der Patienten. Ihre Apfelpraxis Josef Verstegen mit Team. Praxis für ästhetische Zahnheilkunde. Die Apfelpraxis. Römerstraße 35 in Mahl.